Es wird ja die Lüftung komplett im Bad ersetzt und damit auch jeder mal sieht, dass wir nicht einfach nur den kleinen Lüfter oben über dem Spiegelschrank austauschen, sieht man jetzt in diesem Bad wunderbar, dass auch große Teile in der Wand hinten ersetzt werden. Die halbe Wand über der Badewanne wird aufgemacht, neu verschlossen, neu mit Brandshots versehen und hinterher auch wieder ganz neu gefließt.